Die Prinzen auf dem Hauptmarkt waren ein Höhepunkt während des Tages der Sachsen. Also ihr habt heute Mittag zur Expo in Hannover gespielt und heute als Hauptdeck zum Sachsenberg in Zwickau. Das ist ja ein wahres Mammutprogramm. Wir wollen die Fahrt und die Show in Zwickau. Es war ziemlich anstrengend, muss man schon sagen, aber wir geben trotzdem unser Bestes, das ist ja unser Beruf und es war eine geile Show in Zwickau. Es war in Hannover auch sehr schön, hätten wir gar nicht gedacht, zum Mittag ist es ja immer eine komische Zeit. Es war auch sehr schön und hat uns motiviert, heute Abend hier in Zwickau alles zu geben. Und wir haben alle alles gegeben. Vor allem du? Ich habe sämtlichen feinsinnigen Humor gebracht auf der Bühne, kam gut an.